Wir brauchen von nichts und niemanden Angst zu haben, solange wir zusammen sind. Richtig? Richtig? Ja, ja. Ich will wieder nach Hause. Pity auch nach Hause. Ja, aber wo ist das Ei? Wir können es doch nicht einfach hier lassen. So ganz alleine. Ich, ich fürchte, es ist kaputt gegangen. Leb wohl, Baby-Schwesterchen oder Baby-Brüderchen. Nicht weinen, Ducky. Das ist nun einmal so im Leben, weißt du? Außerdem ist das ganze Nest voller Eier. Ja, aber das war was Besonderes. Es war mein allerliebstes Lieblings-Eier. Jawohl! Ganz in blau und orange. Und es hat glänzt. So eins gibt es nicht noch einmal auf der ganzen großen Welt. Abgesehen von diesem hier. Ducky, da ist es! Ja, das ist es! Das Ei! Es ist gar nicht kaputt. Hallo, Baby-Brüderchen oder Baby-Schwesterchen. Hey, du bist gewachsen. Das wird ein besonders großes Baby-Brüderchen oder Schwesterchen. Kommt, wir bringen es zurück zum Nest. Aber wie wir das machen, Ei ist groß. Ich weiß, wir bauen was zum Tragen aus Blättern und Zweigen. Au ja, was zum Tragen, das ist gut. Ja, ja, ja! Doch! Tja, haben wir vor. Äh! Ha, ooh, ah, ah, o miten bin du bist? Ah! Ah! Endlich! Endlich wieder zu Hause! Ich kann's kaum erwarten, allen zu erzählen, wie wir das Ei gerettet haben. Sie nie wieder denken, wir Babys seien. Mach weiter, Ducky. Leg es zurück. Es ist schon wieder zurück. Sieh doch! Ah!